Mit genau diesem Handy möchte Xiaomi am Ende des Jahres wieder unter den Top 10 der weltweit bestverkauften Smartphones landen. Die Rede ist von dem Redmi Note 9, was wir jetzt mal zusammen auspacken. Ja, das ist direkt die Global Version. Wir kriegen auch hier wieder den Hinweis, das ist mir schon aufgefallen, wie bei dem Poco F2 Pro zum Beispiel, dass man den Easy Access to the Google Apps you use most hat, also den einfachen Zugang zu den ganzen Google Diensten. Was haben wir hier bekommen? Die Polar White Variante. Geil, also die weiße, den weißen Colorway. Hier ist ein wichtiger Hinweis, NFC, das ist eine Sache, die tatsächlich das Redmi Note 9 von dem Note 9S unterscheidet, CE-Kennzeichen und die 3 GB RAM, 64 GB Variante. Machen wir das mal auf. Ja, Redmi Note immer unter 200 Euro eigentlich, zumindest bei der normalen Version, vielleicht sogar tendenziell eher unter 150 Euro. Und dafür bekommt man immer sehr viel Leistung, gerade eine besonders gute Akkulaufzeit und einfach genau das, was man braucht. Nicht viel mehr, aber halt eben auch nicht weniger. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Charme von der Redmi Note-Reihe. Okay. So, hier machen wir die Box auf. Da dürft ihr uns schon das Handy erwarten. Na, ihr kennt die Leier. Wir schauen mal, was hier sonst noch so dabei ist. Weißes USB-C-Kabel passt dazu. Schön. Was haben wir für ein Ladegerät? Wir haben ein 22,5 Watt Ladegerät. Man kann das Redmi Note 9 aber nur mit 18 Watt schnell laden, was in der Preislasse immer noch mehr als angemessen ist. Ich sage es immer wieder, der Vergleich zu einem iPhone, aktuelles iPhone, kann auch nur mit 18 Watt schnell geladen werden. Von daher gar keine Beschwerde. Wir bekommen ein Case, wie immer. Ein weißes, weiß ist es gar nicht, ein transparentes Silikon-Case für das Smartphone. Hier bekommen wir einen Sicherheitsanweis und so weiter. Das brauche ich nun wirklich nicht. Und die Garantie-Warranty-Card. Soweit alles das, was man gewohnt ist von Xiaomi. Nicht mehr und nicht weniger. Da wird es jetzt schon schwierig, hier einfach wieder alles so da reinzupacken, wie es gedacht war. Also wir haben ja so ein Problem. Hier verschwinden immer wieder Kabel und Ladegeräte. Ich glaube, das liegt daran, dass ich die nie vernünftig wegpacke. Aber hey, kommen wir jetzt zu dem Handy. Hier kriegen wir schon die wichtigsten Specs geliefert. 48 Megapixel AI Quad-Kamera, 5020 mAh Akku. Krass. 6,53 Zoll Display mit Gorilla Glass 5 in der Preisklasse. Echt nicht gerade selbstverständlich. Und den Helio G85 Prozessor 12 anometer Bauverfahren. Machen wir das Ding mal auf. Okay, das ist also der Colorway an sich. Was war es nochmal? Hier ist Polar White. Polar White, also Polar Weiß. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ist auch nicht wirklich ganz weiß. Seht ihr den Farbübergang vom Weißen ins Blaue, ins Lilane. Das gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Ja, das wird ein Kunststoffgehäuserahmen sein tatsächlich. Und eine Kunststoffrückseite würde mich jetzt sehr wundern, wenn es Gorilla Glass ist. Also Gorilla Glass gibt es anscheinend nur auf der Vorderseite. Dann haben wir hier den Fingerabdrucksensor. Ja, genau. Der ist gar nicht an der Seite. Beim Redmi Note 9S ist der an der Seite. Ich bin nicht 100% Fan davon. Also ich mag die Farbe an sich von der Verarbeitung. Das wirkt etwas komisch, muss ich tatsächlich sagen. Kamera, die steht auf jeden Fall ein bisschen raus. Aber gut, das sind wir gewöhnt. Hier oben ist ein Infrarot Blaster. Power Button, Lautstärke Taste. Hier ist der SIM-Slot. Und auf der Unterseite gibt es Lautsprecher, USB-C-Port und 3,5 mm Klingenstecker. So Android 10 dürfte hier drauf sein. Würde mich überraschen, wenn es nicht der Fall ist. Und es ist eine Global Version. Also ist das Ganze natürlich auch auf Deutsch. Aber ihr seht hier schon Mio 11. Richten wir es mal ein. Ihr könnt die Deutsch als Sprache sofort auswählen. Aber auch ganz viele andere Sachen. Ihr könnt Deutsch als Land auswählen. Und dann könnt ihr hier schon euch ins WLAN einloggen. Wir gucken uns mal hier die Verarbeitung an. Man merkt, dass die Ränder jetzt natürlich ein bisschen dicker sind als bei so Flagship-Modellen. Also hier mit das hier. Der untere Bildschirmrand ist auch ein bisschen dicker. Aber irgendwie störe ich mich ein bisschen hier in der Positionierung. Also ganz oft wäre die Punchbowl ein bisschen komisch positioniert. Ich weiß nicht, ob es technisch nicht anders geht oder wie auch immer. Aber sie ist halt nicht ganz in der Ecke. Das triggert mich so ein bisschen. Aber gut, man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Aber irgendwie wirkt die Ecke hier einfach so ein bisschen länger gezogen als hier. Vielleicht könnt ihr das jetzt auch nicht nachvollziehen. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Vielleicht ist es auch ein Millimeter versetzt. Und das reicht schon. Aber keine Ahnung. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich gefällt mir die Positionierung da oben besser. Wir haben wie gesagt ein 6,53 Zoll Display mit einer Full-HD-Plus-Auflösung. Also 2340 mal 1080 Pixeln ist also bei rund 400 ppi Pixel-Dichte, also Pixel pro Zoll. Ist natürlich ein LC-Display in der Preisklasse gar keine Frage. So, Fingerabdruck auf der Rückseite sieht man ja selten mittlerweile tatsächlich. Aber mal gut, ganz oldschool wieder auf der Rückseite. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr euren Fingerabdrucksensor am liebsten habt. So, jetzt werden die Apps geladen. Hier drin ist eine interessante Entscheidung. Denn wir haben als Prozessor den Helio G85 von Mediatek. Es dürfte für die Alltagsanwendungen ausreichen. Ich habe tatsächlich noch kein G85 Smartphone benutzt. Deswegen bin ich mal gespannt auf den Ersteindruck. Die Frage ist bei dem Mediatek-Prozessor, wie energieeffizienter ist. Hier bin ich sehr gespannt. Das muss unser Test zeigen. Wie gesagt, das ist erstmal nur ein Unboxing. Trotzdem zwei Tage. Auf jeden Fall anderthalb sollten kein Problem sein. So, im Hintergrund passiert hier natürlich noch viel. Aber wir gehen erstmal schnell in die Einstellung rein. Es wirkt jetzt alles ein bisschen laggy. Das ist nicht repräsentativ. Das ist einfach nur, weil ihr seht es vielleicht gerade im Hintergrund. Hier werden Fotos noch runtergeladen und so weiter. Guckt mal drauf, was das so über das Handy sagt. Redmi Note 9, Android 10 ist natürlich drauf. Sicherheits-Patch ist von April. 64 GB Speicher. Dann, was kann man am Display denn einstellen? Also Helligkeit geht natürlich, ist hier schon auf volle Möhre. Ja, man sieht es schon bei Hälfte. Da geht es schon ordentlich nach unten. 450 Nits sind maximal möglich. Automatische Helligkeit kann man anmachen. Hier, also bis 75% sieht es sehr ordentlich aus. 50% ist gerade noch so ausreichend. Das beeinflusst dann natürlich auch eure Akkulaufzeit. Im Endeffekt passt soweit. Dark Mode haben wir auch, obwohl es oder auch weil es ein LC-Display ist und kein AMOLED hat das natürlich dann keinen stromsparenden Effekt. Das heißt, hier wird immer das ganze Display beleuchtet. Das heißt, was ihr hier schwarz seht, ist nicht echt schwarz. Es wird quasi schwarz angeleuchtet. Der Dark Mode ist so ein Ding, wenn man so ein Punch-Hole-Gegner ist, sage ich mal, oder auch vielleicht so ein bisschen die dickeren Bildschirmränder kaschieren möchte, dann kann man das über so ein Dark Mode schon ganz gut erreichen. Selbst bei einem LC-Display, dass es dann einfach nicht so sehr ans Gewicht fällt, weil der Kontrast natürlich dann geringer ist zu den schwarzen Rändern und diesem schwarzen Loch da. Notch und Statusleiste kann man aber auch ausblenden, wenn man das möchte. Kann man auch nur für ausgewählte Apps machen, wenn einem das wirklich sehr stört. Meine Philosophie ist da mittlerweile gewöhnlich einfach dran, weil ich finde, das sieht jetzt auch nicht so richtig geil aus. Aber hey, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Face Unlock können wir mal ausprobieren. Passwörter und Sicherheit, hier Gesichtsensperrung und dann können wir auch direkt den Fingerabdrucksensor mal auf die Schnelligkeit prüfen. Hier ist schon der Hinweis, 2D-Gesichtsdaten ist natürlich kein 3D-Scan, es einfach ein Foto, was gemacht wird. Von daher ist es auch nicht ganz so sicher. Wenn euch Sicherheit also sehr wichtig ist und das sollte sie natürlich sein, dann setzt vielleicht eher auf den Fingerabdrucksensor anstatt auf Face Unlock. Aber in manchen Situationen ist Face Unlock natürlich einfach praktisch. Das geht soweit eigentlich relativ fix. Da kriege ich einen Haken, es bleibt hoch und schon ist es dabei. Fingerabdrucksensor, welchen Finger habe ich denn genommen? Den wahrscheinlich, ne? Der Sound kommt auf jeden Fall eher, als hier der Startbildschirm dann zu sehen ist. Das heißt, die Animation, weißt du, dieses Aufploppen, das nimmt dann einfach so ein bisschen Zeit, aber es ist auf jeden Fall schnell genug. Und wenn man beides aktiv hat, dann ist man auf jeden Fall flott unterwegs. Da gibt es tatsächlich gar nichts zu beanstanden. Eine spezielle Funktion, wo viele immer nachfragen, ist hier das Zweitprofil. Man kann also ein Zweitprofil zum Beispiel für Kinder oder für die Freundin oder für sonst wen einrichten, wenn man möchte. Lightmodus gibt es hier auch. Den habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Größere Elemente, größerer Text und weniger visuelle Schnörkel. Okay, dann ist das gar nicht so schlecht tatsächlich. Vielleicht für Senioren oder so. Oder wenn man halt wirklich eine Sehschwäche hat oder gar nicht so viele Informationen braucht, kann man sich das hier alles ziemlich groß ziehen lassen. Gar keine schlechte Idee tatsächlich. Wir haben ja nur 3 GB RAM, das scheint erstmal ein bisschen wenig. MIUI kann ziemlich aggressiv damit umgehen, mit Arbeitsspeicher. Von daher wollen wir mal ein bisschen hier die Belastung ausreizen und mal ein bisschen mehr Apps öffnen. Übrigens hier, ihr seht es gerade, Google Pay ist schon drauf. Das Ding hat NFC, ihr könnt also damit kontaktlos bezahlen. Ja, man merkt es schon ein bisschen. Okay, hier passiert natürlich im Hintergrund noch was. Das wird noch im Hintergrund. Ne, Einrichtung abgeschlossen. Okay, er sollte jetzt eigentlich fit sein. Das heißt, ihr merkt 3 GB, es ist nicht super flott. Es ist ausreichend schnell. Man muss aber hier und da mal, ihr seht es vielleicht eine Sekunde warten, selbst aus dem Zwischenspeicher schon raus. Ich ganz persönlich, wenn ich jetzt nach so einem Handy suche, würde wahrscheinlich eher zu der größeren Variante mit 4 GB RAM greifen, mit 128 GB Speicher. Der Speicher kann noch erweitert werden, also nicht mal unbedingt wegen dem Massenspeicher, sondern einfach wegen dem RAM. Da mit 4 GB seid ihr einfach ein bisschen zukunftssicherer unterwegs, gerade wenn ihr das Handy auch noch in zwei Jahren vielleicht benutzen wollt. Ihr könnt hier noch eine MicroSD-Karte reintun. Da könnt ihr zu den 128 oder halt 64 GB Speicher noch mehr Speicher hinzufügen. Und ihr könnt noch zwei Nano-SIM-Karten reinmachen. LTE-Bahn 20, Bahn 28, alles gar kein Problem. Eben noch zum MIUI, das Betriebssystem, was hier drauf ist. Ihr sehen hier viele, viel Bloatware, also viele Apps, die man so vielleicht nicht unbedingt drauf haben möchte. Gerade so Drittanbieter-Apps wie Facebook, WPS Office, LinkedIn, eBay, AliExpress. Der Mi Browser allerdings auch nicht unbedingt, die hatten ja so ein paar Datenschutzbedenken. Hier so diese paar Bloatware-Drittanbieter-Apps, die sind mir so ein bisschen Dorn im Auge. Aber die lassen sich leicht entfernen, löscht alle App-Daten und schon ist Bubble-Shooter deinstalliert. Interessant ist natürlich auch noch die Kamera. Wir haben eine Quad-Kamera auf der Rückseite. Da gibt es eine 48-Megapixel-Hauptinsel, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, 2-Megapixel-Porträt und 2-Megapixel-Makro-Kamera. Man spezifiziert jetzt tatsächlich nicht, ob das der gleiche 48-Megapixel-Sensor ist, wie in dem Redmi Note 9S. Ich glaube, es ist nur ein Omni-Vision. Wäre theoretisch ein bisschen schlechter, aber ich schaue mal, ob wir gerade so auf den ersten Blick hier Unterschiede erkennen. Ja, okay, man sieht es schon ein bisschen. Beide nicht ideal, die Fotos. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht der gleiche hier drin ist, in dem normalen Redmi Note 9. Das werden wir aber für den Test natürlich nochmal genauer herausfinden. Mit 48-Megapixel nimmt man hier auch eigentlich gar nicht auf, sondern nur mit 12-Megapixel-Durch-Pixel-Binding werden immer 4 Pixel zu einem zusammengefasst. Videomodus, was können wir da auswählen? 1080 oder 720, also keine 4K-Aufnahmen. Porträt-Modus haben wir, der ist echt gut bei Xiaomi. Der dürfte auch hier wieder ordentlich sein. Machen wir direkt mal ein Selfie. Trotz nur 13-Megapixel, die Selfies sind vollkommen in Ordnung. Also guck mal, sogar relativ scharf da oben mit den Haaren und so, das sieht schon ziemlich gut aus. Im Porträt-Modus kriegt man dann noch so ein leichtes Bokeh hier oben. Die Randerkennung funktioniert soweit ganz gut. Das kann Xiaomi einfach mittlerweile. Da haben sie sehr viel daran gearbeitet. Das ist wahrscheinlich der Industriestandard aktuell. Von daher Hut ab, auch bei so einem günstigen Handy. Insgesamt, was soll man großartig sagen, Redmi Note 9 könnte ein würdiger Nachfolger von dem Redmi Note 8 sein. Interessant ist halt aber in dem Fall, weil der Preis... Es wird immer schwieriger, das preislich auseinanderzuhalten, weil das Gerät sich wiederum sehr ähnlich ist mit dem Redmi 9, dem günstigen Modell, wo man bei so 120, 130 Euro landen wird. Aber auch relativ ähnlich zu dem Redmi Note 9S, was wir hier schon getestet haben, was schon locker für unter 200 Euro gibt. Da muss man dann vielleicht einfach mal ein Vergleichsvideo machen. Wenn ihr generell Interesse habt an einem Video zu der ganzen Redmi 9 Serie, wie man vielleicht das neue Note 9, Note 9S, Note 9 Pro und so weiter irgendwie versucht zusammenzufassen und zu vergleichen, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten geht ihr hier rüber zum nächsten Video. Lass einen Like da, wenn euch dieser erste Eindruck gefallen hat. Abonniert uns auch gerne da unten, drückt die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, sobald der Test zu dem Redmi Note 9 online geht. Und ansonsten war es das von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!